Ein Raumschiff! Eine Invasion vom Mars! Er sah den Flugkörper, als er landete. Er sah, wie unschuldige Menschen vernichtet wurden. Er wendet sich gegen seinen Sohn. Die Menschen werden zu bösartigen, wilden Tieren. Ein Rahl der Armee wird zum Verräter. Vertrauende Polizisten werden zu Brandstiftern. Familien werden auseinandergerissen. Die Soldaten kommen überhaupt nicht weiter. Nirgends ist etwas zu entdecken, nirgends. Sie müssen die Marsbewohner finden, bevor... bevor... Invasion vom Mars! Sie fangen Menschen ein für ihre finsteren Zwecke und verwandeln sie in willenlose Instrumente der Zerstörung. Hilfe! Invasion vom Mars! Seltsame, fantastische Geschöpfe von übernatürlicher Intelligenz. Sie herrschen über ein Volk künstlicher Wesen. Sie wollen die Erfüllung eines Traums der Menschheit verhindern. Die Eroberung des Weltalls. Los, beeilt euch! Durchsucht alle Tunnel! Wir müssen Rinaldi und den Jungen finden! Wenn der Oberst das Signal gibt, dann macht, dass ihr hier rauskommt! Nachbar Beinweinweinweinweinweinw ´ »AI 120